Hallo meine lieben Gamer und herzlich willkommen endlich zu diesem Minecraft Projekt Minecraft Fight Ja Minecraft Fight Und zwar mit MrTNT24 Hi Spontanes Projekt Ja richtig spontan Gehts los oder? Ja wir haben ja nicht mal ne Countdown Ok warte 3 2 1 Ok Go Also Minecraft Fight ist einfach so ein Projekt wo wir uns jetzt neun Folgen lang equippen müssen Und dann beim zehnten Teil also bei der zehnten Folge gibts dann Endkampf Ja Mit dem Equip was wir bis dahin gefarmt haben Ja und in der Mitte ist einfach nur unser Abortisch Aber Haben wir ja Ja Aber die glaube ich werden wir jetzt am Anfang noch nicht brauchen Nicht so So und die Folgen werden immer so bei 10 Minuten sein Ja Damit es nicht zu lange ist Das wo man auch Jemanden auch Vorher schon angreifen wenn man ihn sieht Aber in der ersten Folge haben wir Spawnschutz Sonst Sonst wird es zu Brutal Hardcore? Ne brauchen wir ja nicht Ne Aber wir können aber schwer nachmachen Jaja Mach schwer ja Können wir alles machen Ich hole mir erstmal die ganzen Schweine hier Hast du schon Schweine gefunden? Ja Ja und wir scaten natürlich miteinander weil Das ist ja nur so dumm Spaß Wie eine riesige Handgegriff von der Nutzzeit Ja Ganz einfach Ganz easy Oh Kühe Alter Ja ich habe vorhin auch eine Kuh gesehen aber ich weiß nicht mehr wo die ist Bist du eigentlich auf meiner Seite gerannt? Oder halt zu meiner Seite? Oder wo bist du von dir aus? Also Sobald du draußen bist Ich habe hier noch gedreht wo ich war Und jetzt gehe ich in die Hülle erstmal Ja So machst du das Ich weiß das gar nicht wo ich jetzt hingehen soll Also wenn Man stirbt Dann muss ich das auch mal wieder neu holen Ja Da hat man schon so gut wie verloren Naja Das heißt man muss in jeder Folge bereit sein Außer in der ersten Aber ich weiß nicht ob ich jetzt schon so offensiv Dann in den nächsten Folgen Offensiv draufgehe Erstmal eine Höhle Ja erstmal richtig farmen Hast du schon genug Essen um in der Höhle zu laufen? Naja Es geht Ich komme jetzt erstmal nur ein bisschen kleinere Leichtzeug brauche Holz und so Okay Wow Alter die Kuh verarscht mich voll Eigentlich wollte er ja Sky Adventure Aber Ja Daraus wurde nichts Ne Aber vielleicht falls ihr was Sky Adventure 3 oder so macht darf Falls ich Wissen machen darf oder so Witzig 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 Schwert oder das ist ja auch ich mache ja einen eigenen Zaubertisch darf man sicher machen und Ambos auch der Ambos haben wir jetzt keine in der Mitte aber das ist ja ich weiß nicht mal ob ich jetzt in der ersten Folge schon was machen kann also die geht noch vier Minuten laut meiner Uhr ich habe noch keine Kohle gefunden so danke danke liebe Kühe aber da muss ich ein bisschen PvP trainieren nicht dass ich hier verliere das das möchte ich nicht aber sollen wir auch sagen dass es dann vielleicht den zweiten Teil ja der würde bei mir kommen also die Revanche für wen auch immer wird einfach das gleiche nochmal passieren und dann werden wir sehen was ich also es ist egal wer welches die CQP gekampft wird dann ja auf alle Fälle ich habe direkt eine Höhle gefunden ich habe noch gar keine Höhle und voll viel letzten bisher ich habe jetzt bald ein Stack an Kuhfleisch dann hast du immer noch viel zu tun mit fast einem halben Stück an äh Leder kannst du schon mal Lederrüstung machen ne das mach ich nie im Leben alter das bringt mir nichts Lederrüstung wieso machst du dir eine Lederrüstung ja weil jeder Rüstung ist ja so wie gar nichts nein Alter 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 ich kann nicht sprinten das geht mir jetzt langsam offen also wenn ich jetzt so was könnte ich mir gleich eine komplette Eisendrüstung machen Alter ich bin immer noch auf einer Suche nach einer Höhle dafür habe ich mal genug Essen und Leder und Zuckerrohr und so halt dann haben wir so zu sagen wieso Holz? Holz hab ich schon mal gedunk hast du ne Mine oder was? ne ich hab halt genug Holz ach so ah ok so hey wie nice wie tief das da einfach runter geht weißt du welche Höhe bin ich? na gut 47 aber das ist egal you live nice alter ich habe hier richtig einen großen Berg gefunden naja boah jetzt kann ich schon wieder nicht mehr sprinten wow und Skelett und ich kann nicht sprinten ich möchte nicht so wie Revi in Faro sterben mit dem Lava mit dem Creeper so das Skelett das mache ich jetzt tot Alter so viel Eisen oh alles klar das war gerade ein Bug war richtig hart jetzt ist es schon Nacht Junge na gut ich bin in der Höhle das reicht mir oh man ich brauche jetzt auch eine Höhle ich glaube jetzt ist schon die erste Folge vorbei also 10 Minuten sind schon vorbei ja dann bin ich doch ja dann bin ich ja warte ich will jetzt nur noch einen guten Punkt finden obwohl ist das hier jetzt ziemlich das ist auch Eisenrüstung habe ich schon mal oh man bei mir geht das irgendwie ein bisschen zu schnell ja eben alter ne ok aber dann war das jetzt die erste Folge von Minecraft Fight jo frag mich nicht wieso ich auf diesen Namen gekommen bin ne wieso nicht wir bekämpfen uns ja nicht hier ist ja ist ja alles in Ordnung ok mein Bruder ist richtig nice sie ist einfach so oooh geilo und die Folgen die kommen jeden zweiten Tag habe ich jetzt entschieden weil ich sonst sonst habe ich einfach zu viel deshalb in zwei Tagen kommt dann der nächste Part ja das war's Tschau tschau